neue folge ehrenlose memes folge 42 let's go guck titel was steht denn im titel ohne rechts referierer weil wir weil wir sind profis da muss weil wir profis sind weiter geht aber wir haben schon mal jungs vertraut ist am 14 dritten schon eigentlich abgelaufen jungs kriegt die so günstig schnell für hälfte preis oder so ein paar tage vergabelt macht jetzt nichts ich ahne böses bruder hat jemand laktose bestellt er wird sich in die letzte reihe ist immer die beste reihe es ist so es gibt glaube ich nichts geileres als in der schule hinzusitzen also daraus werden auch meistens versager so wie ich aber ja es war immer das beste man war so abgeschottet von der klasse so konnte kennengeler spielen was denken sich jedes mal die deutschen klassen ich habe vor wie die vorderen rein so deutsch deutsch leute ja auch mal was denken sich jedes mal die deutschen klassen ich habe vor wie die vorderen reihen so deutsch deutsch leute ja die gehen nach hause und erzählen ja wir haben heute bwl und im hinteren saßen mehmet und ahmet und haben einfach ich dann gemacht so einfach essen die werden es gar nicht glauben die wenn ich einfach denken warum warum macht ihr so was warum passiert so was warum habt ihr diesen reiß da aus ein video zu machen mich zum lachen zu bringen ich verstehe es nicht total lebensgefährlich der scheiß aber es gibt ja den kick was ist das für ein aufzug digga das fährt die ganze zeit aber komisch dass man dann hier nicht über kopf raus was ist das denn digga ist ja voll gefährlich du redest wie ein löw eine katze landet immer auf den beinen habibi und bis gefallen wie eine katze bis gefallen wie eine katze eine katze landet immer auf den beinen habibi ja ist aber wirklich so ich hole nie wieder schuhe aus der türkei digga was passiert hier hat jemand ein mcdonald spielzeug bestellt was zum bruder ist doch selbst bearbeitet die haben einfach aus weiße tn sneaker die heutige jugend wird es niemals verstehen naja fühle ich ihr tut mir so leid dass ihr das nicht kennt digga ihr kennt eure iphones und ipads und was auch immer ich klinge halt wie so ein alter sack aber damals bruder wenn die cds in der platzischen 2 nicht funktioniert haben immer so kolonia drauf gemacht zahnpasta drauf gemacht dies das und das war einfach das geilste gefühl wenn das spiel dann gelesen wurde du spielen konntest das war so geil hast du nass gemacht und sagst du es irgendein scheiß bringt ich weiß auch gleich warum man auf die idee kam das so zu machen wow ich fühl mich gerade so als wäre ich zehn oder also zwölf drei acht digga wow alter wow 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 wie soll denn beh pivie du bist am flughafen und siehst das jetzt sieht man mich bestimmt da in der ecke irgendwo sitzen ne da sitz ich schon lange nicht mehr geschenk umsonst frankfurter am herz aber du musst jetzt auspacken und wie findest du das was ist das nicht gut ach du scheiße bruder das ist nicht lustig das ist nicht zum weiten bitteschön voll unnötig helle die mama ist doch da bruder so ein witz macht man doch nicht wie unnötig digga ich glaube die werden nie wieder das spielen so voll runter wo die grüße 1 einfach angst 2 digga ist doch ein offener bruder ist doch safe eine schule oder sowas bruder guck mal bitte die rennen einfach weg bruder hart ran guck mal guck mal guck mal guck mal er wird einfach abgeknallt digga ich wollte doch einfach nur schlafen der arme bruder der wollte nur schlafen warte ich hab Angst ich hab keinen bock auf so jumpscares und so einen scheiß ach der schneicht schlafen 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 naja hat jemand ne wii bestellt menschen machen popcorn ich schworf alles er hat aus popcorn pommes gemacht schlafen das geht auch so das geht auch so das geht auch so ist wenig ne ist nicht viel aber sollte mehr rein ja ja sollte mehr rein schlafen weiß ich nicht du suchst den einzigen rolle in der ne und das ist wieder so ein ding bruder warum einfach nur warum ja und da lachen wieder nur die kanacken im chat digga das das macht kein deutscher bürger glaubt mir erstens wie schafft man das und zweitens warum wrestling basketball ist bald oh das ist ein digga mal da ich soll erstmal feiern gehen morgen schule gar kein problem der lehrer ist schuld digga das ist wieder so ein ding der lehrer ist schuld der lehrer ist ein rassist deswegen sind meine noten schlecht wollte ein video von der aussicht machen und dann passierte das bruder war das ein hund oder war das eine katze was das bruder lech lech digga er kackt einfach bruder was ist das für ein hund bruder lech au man oh digga lech lech Ach, das hab ich doch schon mal gesehen, Digga, aber das ist erst mal witzig. Guck ihn dir an. Allah, guck ihn dir an, Bruder. Bruder, und? Er gönnt sich Donuts, Bruder. Warum die Armen? Warum? Der hat sich doch gegönnt. Der wird später immer rausgeholt. Der gönnt sich seine Donuts, sein Brot. Hast du Brot? Digga. Wallah, Wallah, topsy, ich muss noch was hin. Warum passiert mir hier nicht sowas? Ich will auch was damit machen. Digga, aber man kann, wenn sie so ist. Er spott da einfach. Bruder, what the? Geil. Digga. Chin with him. Hä? Hä? So, weil er keine Gang-Zeichen macht. Ha, 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 wow, ist das witzig. Polizei 2023 denken, die können auch alles. Die denken auch GTA. Ja, hat jemand einen alten Meme bestellt? Der war schon vor vier Wochen drin, Digga. Kuss auf Ibismus. Kranker Meme auch an der Stelle. Der Lehrer braucht ein Schlitz, hat man auch schon. Jungs, Wallah, hat jemand ein recyceltes Video bestellt, Digga? Ist das euer Ernst, Digga? Wallah, ihr macht die Videos immer so gut, aber es fangt mich einfach ab, wenn ihr mal dieselben Memes rein tut, Bruder. Was ist denn los mit euch? Wallah, was ne kindische Folge. Ich schloss dir. Ich hab, glaub ich, nur einmal gelacht, dem Video. Sag, Digga, ich bin hier in Frankfurt im Hotel. Ich mach dir das scheiß Ding an, Bruder. Guck mal hier. La Kralo kommt einfach aus der Decke raus. Und der Aquaman, Digga, Back-Reverse, Digga, an die Decke gespritzt haben in der Kuh. Unlustig. Dinger. Was ist hier gerade passiert? Dinger, was ist hier gerade passiert? Und ich sag es immer wieder, ich hab schon vieles gesehen an Gebets, ehrenlosen Memes, aber das war es aber wirklich komplett, Digga. Mashallah, dass du das Eier mannst. Was? Was war das? Mashallah, dass du das Eier mannst. Dass du feiern warst? Ich bring dich um. Wo? Wo? Ja, drüber. Sorry, aber sowas passiert auch nur in Deutschland. Äh, Mann, 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 Mann. Jetzt interessiert mich nicht mal. Das ist der Klassiker, mit Alman so zu streiten. Das ist der Klassiker. Waa? Hä? Peewee, dein Kollege holt erst Wagen nach Fahrprüfung. Hä? Bruder. Dinger. Was willst du, Bruder? Warum habt ihr keine Schuhe? Warum liegen eure Schuhe hier? Bruder, Neuwagen, Mann, hier ist Moschee, hier kommst du mit Schuhen nicht rein. Bruder, mach Gebetswaschung auch noch. Lack, der hat gestern voll den Fährerschein bestanden, Mann. Unlustig S-Fuck. Was passiert? Gottlos, Wallah. Gottlos, er hat einen Backflip gegen Fernseher gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie viele armlose Memes werden heute kommen, obwohl ich seit drei Folgen sage ich, ich will es nicht. Ich bin gespannt, Dinger, Mann. Ich glaube, da stimmt was nicht. Hä? Okay. Also, Bruder, guck mal, da vorne sitzen Leute lebenslänglich. Und hier drüben auch, Bruder. Oha, Mann, aber quäme. Ey, Dinger, was? Junge. Bruder, oha, Mann, aber quäme, ja? Das ist doch nicht witzig, Bruder. Also, wirklich, mit Abstand die schlechtste Folge, die wir hier hatten. Wow, für weitere schlechte, ehrenlose Memes-Folgen macht einfach gar nichts. Erstmal Gehalt kürzen, Bruder. Die Folge werde ich nicht bezahlen, die war lech. Sorry. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.